Yo, was geht ab Leute, ich bin's wieder Kulter und wie viele ja schon mitbekommen haben, hab ich neulich ein Gay Prank hochgeladen, das ist einfach richtig eskaliert, da wurden einfach so viele Sachen falsch reininterpretiert, von wegen, dass Sharkin schwulenfeindlich ist, Sharkin gehört abgeschoben, einfach wirklich extrem respektlos. Ich meine, Leute, was ist das für eine Doppelmoral, eine Doppelironie, zu sagen, dass Sharkin abgeschoben werden soll und zu mir zu sagen, dass sie schwulenfeindlich wäre. Wer von uns ist jetzt hier rassistisch, also denkt mal drüber nach. Leute, Fakt ist, dass Homosexuelle wie Dirt und Minecraft einfach dazugehören. Wir müssen uns nicht lieben, aber wir müssen uns akzeptieren, so wie wir sind. Sharkin hat definitiv nichts gegen Homosexuelle, außer, dass ich vielleicht schwul sein sollte. Wir haben null gegen Homosexuelle. Wir haben auch viele Schwule im Freundeskreis, nicht Bekanntschaft, aber im Freundeskreis und wir tolerieren das. Jeder soll so sein, wie er will. Wenn jemand Justin Bieber lieben will, dann soll er Justin Bieber lieben. Ich hab nichts dagegen. Und ich betone es noch einmal ganz deutlich für euch. Sharkin und ich haben nichts gegen Homosexuelle. Vielleicht war seine Reaktion ein bisschen zu hart, aber so ist Sharkin halt. Der ist halt ein bisschen temperamentvoll. Ja, vielleicht kannst du was sagen. Ja, wie gesagt, das mit dem Video war eine Aktion von Kulter. Ich war darauf nicht gefasst. Ich habe einfach meine Reaktion gezeigt. Es ist meine Meinung, es ist mein Freund. Ich habe für den Moment so reagiert. Weiß nicht. Vielleicht hätten andere Freunde genauso reagiert oder würden genauso reagieren. Ich glaube, in Minecraft, Real Life, Fake Friends oder welche Freunde auch immer. Ich habe persönlich nichts gegen Homosexuelle. Komme auch sehr gut mit denen klar. Außer, dass ich schwul sei. Ihr habt das alle so aufgenommen, dass er was gegen Schwule hat. Ja, ist also, wie gesagt, soll nicht so rüberkommen, als wenn wir als Homosexuelle feindlich sind. Oder irgendeine andere Menschen. Wie er schon gesagt hat. Das war einfach eine kurze Reaktion. Er wusste ja nicht, wie er reagieren soll. Und hat mir dann einfach die Bögel rausgeschmissen. Jeder soll einfach sein Leben leben, wie er will. Jeden sein, was er will, genau. Wie wir das respektieren, möchte ich euch bitten, dass ihr das auch respektiert, dass ich sorgiert habe. Damit ihr alle wisst, wir haben komplett nichts gegen sowas. Absolut. Wenn es zu irgendwelchen Komplikationen gekommen ist durch uns in den Medien, wollen wir uns natürlich gerne dafür entschuldigen. Ich habe gelesen, so bekannte Seiten haben berichtet, so, ja, Spaßvogel Kulter hat diesmal übertrieben und sowas. Ich habe auch gerade die Kommentare gelesen, ich bin echt erschüttert. Ja, aber wir haben uns trotzdem lieb. Das ist mein Kulter und wie gesagt, ist alles gut. Nochmal ganz deutlich, jetzt extrem deutlich, nichts gegen Schwule. Das war auf jeden Fall das Video, Leute, damit nichts falsch verstanden wird. Und an die Medien kommt mir nichts an mit Schuss ins eigene Knie. Ich habe nichts falsch gemacht. Morgen kommt auf jeden Fall ein Video bei Sharkin und um 12 Uhr eins bei mir. Und ich würde sagen, falls du die Sache auch entspannt siehst, lass einfach mal einen Daumen nach oben da. Und Leute, kommt ein bisschen runter. Und ja, wir sehen uns einfach morgen. Haut rein und Peace.